Es gibt niemanden, das sagt es allstrich. Über die Schule haben wir uns kennengelernt, sehr nett. Er war immer sehr nett, bei ihm haben wir gar nichts bemerkt, dass es so ist. Und wie wir das gehört haben, haben wir alle einen Schock bekommen, in der Schule. Er war immer in der ersten Leistungsgruppe und er hat anderen geholfen, wenn jemand nicht etwas weiß, in Mathe, Englisch, Deutsch, und er war sehr nett. Er hat für die anderen sehr Gefühle gehabt, wenn jemand bläht oder so, hat er ihm gleich geholfen. In der Nacht bin ich aufgestanden und habe gesagt, wieso konnte er das machen, er war sehr nett. Er ist die Pause ganz langweilig. Wir können uns sprechen, um uns zu sprechen. Wir können uns sprechen. Wir können uns sprechen. Ich habe es nicht mehr, das ist das. Ich habe es nicht mehr.